so liebe leute weiter geht's heute mit super street in the game ich mach kurz die tue zu und sieht die speed suspects heißt das nächste event nicht sieht speed wir fangen an mit hums fahren wie viel rennen wir überhaupt heute zu tun 1 2 3 4 5 6 6 rennen ok oder wenn dann was weiß ja aber ok im gegensatz zum letzten mal ja auf jeden fall und hoffs fahren wie gesagt ist das nächste rennen heute müssen wir tatsächlich nicht wegen dieser zu gestern neue rennen machen um weiter aufzufüllen das haben wir letztes mal gut erledigt das zerstörungsrennen das mal ohne problem erledigt und jetzt müssen wir eine zeit fahren machen da haben wir ja schon immer mit 38 39 ist die zielzeit für insgesamt 15 gott ein bisschen abkürzen ist auch kein problem nur eine kleine ankündigung von mir das ist samstags auch um ich zu sagen keines teams mehr geben wird hat folgende gründe dass ich aus der liga ausgetreten dass der samstags liga ausgetreten bin aufgrund von ja internen problem sagen wir es mal so ich muss jetzt die breitreten und alles rum und dran hat beide gründe auf jeden fall und ja schauen wir mal aber wann bei dem ist wieder starten ich würde gern wieder auf jeden fall samstags fahren klar aber dann muss auch alles passen nur dass ihr da schon im schalte ist soll das auf jeden fall kann probieren aber samstags ja erst mal nicht wo wir haben schon wieder drückung fertig das rennt schon fertig 1 22 7 nach 4 nächste renn jetzt go was kriegen wir noch hin ohne probleme ach ja ein jahr weit mal wieder ein zerstörungs renn so 22.500 punkte soll man rausholen befürchtet dass ich es gerade ein bisschen verkackt habe es 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 so es 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 Zweiter. Ja, beim ersten Versuch. Und das ist, obwohl ich mich eigentlich total verzettelt habe. Aber das machen wir dann mal neu. Das kriegen wir hin. Wir haben immer mehr 18.000 Punkte oder so. Wenn ich mich nicht verfahren habe, ich hätte mir so ohne Probleme hinbekommen. Es geht auch darum, wie gesagt, hohe Multiplikatoren zu erreichen, um dann die Punkte klarzumachen. Also 18.000 haben wir eben geholt. Das war so weit nochmal. Eine Minute Zeit, aber... Aber es war nicht leer. Jetzt fällt es auch wieder um 19.000 nur. Ja, ein bisschen mehr rausgeholt. Also es geht noch. Es geht noch ein bisschen was. Wir müssen heute Multiplikator... So, versuchen wir es noch einmal. Okay. 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 So, nächstere. Ein Ziffer. Exploring. Zwei Minuten Zeit für 19 Koppelpunkte. Nein, kein Zerstörung sein, einfach nichts zu stellen. Okay, mal hin. Ich glaube, ist das Ding jetzt nicht top, aber... Ja, geht schon. In der Laune hermachen. Seht nur, ich weiß auch nicht, wie lange es ist. So, letzter Kontrollpunkt. Zeit genug. Ich bring das hin. Und das haben wir auch ohne Folie mitbekommen. Aufgabe erfüllt. Nächste Renn. Äh, die All-Bridge-Swan. Ein Rundkurs-Rennen. Äh, die All-Bridge-Swan, ein Rundkurs-Rennen. So, nach Zerstörungs-Rennen und drei Euro und alles. Und dann machen wir heute weiter. Auf jeden Fall mit dem, mit dem erst nächsten Rundkurs. Ja, genau. Diese Scheiße-Ecke hier, ne? So, liebe Tüchter vorne, die wollen wir uns auch fangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was sage ich? Zwei Runden. Nächste Runde. Ja, die letzte Runde jetzt. Danke. Immer wieder die gleiche Leitbank. So, Ruckie, meine. Jetzt sage ich, meine Probleme. Bamm, check in. So. Ah, Boosted Cars. Das heißt, das nächste Event ist durch. Also frei. Aber wir wollen ja das Boss Race nur fahren. In diesem Moment. Und das Boosted Cars machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann morgen um 14 Uhr. Zum Abschluss nochmal. Jetzt dürfen wir noch Speed Suspects fahren. Also das letzte Rennen. Boss Race. Sensor. Let's go. Klingt ein bisschen nervös. Mal gucken, ob es so ist. Das ist natürlich genau dieses süßes Rennen. Ich ziehe mal das Rad schon weg da vorne. Das ist drei Sekunden schon. Das ist ein bisschen nervös. So. So. Das geht mal hin. Das geht mal hin. Ja, 10 Sekunden jetzt schon. Da habe ich liegen gelassen, aber es reicht. Geschafft. Sehr schön. Aufgabe erfüllt. Das Ding haben wir durch und dann ist Feierabend. Das geht mal hin. 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 Das geht mal hin.